Mit dem Informationsfreiheitsgesetz können Bürgerinnen und Bürger Informationen von Behörden erhalten. Zwar veröffentlichen Behörden viele wichtige, aber eben längst nicht alle Informationen. Das Informationsfreiheitsgesetz ermöglicht uns in unveröffentlichte Dokumente hineinzuschauen. Wenn du das Informationsfreiheitsgesetz nutzt, machst du die Arbeit von Behörden öffentlicher und transparenter. Jeder Mensch darf ohne Angabe von Gründen nach Informationen fragen. Die Behörde muss antworten. Über das Informationsfreiheitsgesetz lassen sich die verschiedensten Dokumente anfragen, zum Beispiel Baupläne, Briefwechsel, Datensätze oder interne Protokolle. Ohne Informationen kann es manchmal schwer sein, gehört zu werden. Indem du das Informationsfreiheitsgesetz nutzt, kannst du deine Anliegen mit Fakten unterstützen. Informationen, die in der öffentlichen Verwaltung an unterschiedlichen Stellen verteilt sind, können zusammen eine interessante Geschichte ergeben. Für all diese Fälle gibt es fragdenstaat.de. Die Seite macht es dir leicht, Informationsfreiheitsanfragen zu stellen. Zuerst wählst du die Behörde aus, die die von dir gewünschte Information haben könnte. Im nächsten Schritt beschreibst du kurz, welche Informationen du genau benötigst. Wir verpacken deine Anfrage dann in einen formformulierten Antragstext und versenden ihn für dich per E-Mail an die Behörde. Deine Anfrage und die Antwort der Behörde werden zusammen auf fragdenstaat.de veröffentlicht. So kannst du die Information mit anderen Interessierten teilen und Aufmerksamkeit auf dein Anliegen lenken. Frag den Staat ist ein kostenloses gemeinnütziges Projekt der Open Knowledge Foundation Deutschland. Hilf mit, Licht in Behörden zu bringen. Frag den Staat.